33 kg für Reinhard Störle, SV Marstatt. Der Rundreffer mit Spannung am Körper. Das war eine neue persönliche Bestzeit. Leider ungültig, bitte 40 kg auf die Männerhandel. Komplettstrecken und die Einführungssteuerung. Richtig Schwung und ein großer Ausfall. Das war eine persönliche Bestleistung. Wir sind im ersten Versuch. Das bedeutet persönliche Bestleistung. Richtig Schwung, jetzt komm und runter. Richtig Schwung. Leider ungültig. Wir bleiben bei 55.